servus liebe world of warcraft freunde willkommen zurück zu einem neuen video auf meinem kanal patch 10.0.7 hat die möglichkeit eingeführt dass wir altes transmog aus sul gurub was eigentlich nicht mehr im spiel erhältlich war beziehungsweise ist wieder zu bekommen das ganze ist allerdings sehr komplex würde ich auf den ersten blick sagen wir versuchen in diesem video das wie und weshalb und warum halbwegs gut abzudecken ich habe mich damit selber noch beschäftigt ich hoffe ich habe es halbwegs verstanden aber wir gucken uns das ganze jetzt mal an das wichtigste erstmal ihr braucht einen char von level 70 damit das ganze funktioniert und müsst dann nach sul gurub ihr geht in dieses gebäude wo der endboss steht einmal an die seite und da findet ihr dann diese eingänge hier hier müsst ihr dann zu diesem trommel dings gehen und dort findet ihr dann das hier zerschmetterte schmuckstück der hakari das ist numero eins das braucht ihr jetzt danach geht es weiter und ihr müsst zwei bosse töten es ist egal welche es geht nur darum die zu killen damit ihr in combat kommen könnt mit endboss hk nehmt am besten die die am nächsten dran sind ich ja ich knall jetzt einfach die da unten weg ihr seht es ja auch auf der map welche ihr dazu auswahl habt da habt ihr quasi erst mal freie wahl also erst mal das item da einsammeln und dann bosse töten ihr müsst sie nicht looten das ist jetzt nicht zwingend von nöten aber wenn ihr beispielsweise das transport mitnehmen wollt könnt ihr das natürlich tun ich meine natürlich nicht hk sondern jindo der götterbrecher ist ja jetzt hier der endboss sobald ihr zwei bosse getötet habt ihr seht das jetzt hier auf der karte ich habe mandokir und venoxus umgelegt dann könnt ihr hingehen und ihn in den kampf engagen ihr müsst auch hier keine angst haben attack den dud einfach zack bis er ein hp hat und dann werdet ihr in diese geister phase zwischen phase whatever geportet so das reicht auch schon quasi um den nächsten step abschließen zu können ihr wollt nämlich jetzt wieder in den raum gehen wo ihr eben schon wart diese ganzen verzerrten geister die ihr vorher schon sehen konntet sind jetzt auch angreifbar zack wir hauen die einfach mal um an dieser stelle und theoretisch seht ihr jetzt schon es ist super schwierig zu sehen aber man kann hier das nächste item sehen da ist es zerbrochenes schmuckstück der hakari so jetzt haben wir den zweiten teil dieses items können die jetzt miteinander kombinieren zack und bekommen jetzt dieses item hier oder diese quest restauriertes schmuckstück der hakari findet jemanden der interesse am restaurierten schmuckstück der hakari hat dazu bekommen wir ein goldenes schmuckstück und relikte eines vergangenen reichs schaltet für alle charaktere eures accounts die fähigkeit frei uralte geheimnisse sul gurups zu entdecken also diesen part müsst ihr jetzt tatsächlich nur mit einem char machen eure reise führt euch als nächstes beziehungsweise an der stelle könnt ihr jetzt raus porten ich nehme jetzt einfach mal dalaran als nächstes müsst ihr nämlich nach dasalor gehen und da geht die quest weiter auch für allianzler an der stelle einfach ein bisschen platz nehmen oder ja sich platz schaffen weil diese geister hacken trotzdem noch auf einen ein dann könnt ihr eventuell nicht durchcasten der entsprechende npc wird einem nicht auf der karte hier angezeigt aber ihr findet ihn hier bei den koordinaten 55 87 in dazzledore also dasalor und da könnt ihr dieses item dann abgeben und ihr bekommt tatsächlich auch einen erfolg relikte eines vergangenen imperiums an dieser stelle könnt ihr jetzt weitermachen mit dem farmen theoretisch ihr seht jetzt dass der kerl jede menge rezepte im angebot hat und ganze ensembles also einmal dieses blutdurchnässte lederrüstung haupt haru specks der zandalari wir sehen hier jede menge rezepte und diese kosten alle schmuckstücke und wertmarken der zandalari die schmuckstücke gibt es in verschiedenen farben und so weiter und so fort und wie ihr den ganzen krams jetzt noch bekommt das gucken wir uns im nächsten step an wenn ihr dann den part abgeschlossen habt befindet sich renwosho der händler ebenfalls in sulgurub also der ist direkt dann hier neben dem eingang und das besondere ist auch diese ganzen schmuckstücke sind account gebunden also das heißt ihr könnt sie an eure zwings weiter schicken wenn ihr dann diesen ganzen krams abgeschlossen habt was ich euch eben gezeigt habe könnt ihr jetzt von den mobs hier diese schmuckstücke looten also letzten endes ich glaube es ist nur von diesen humanoiden mobs also den trollen und so weiter münze der blutskalb da habe ich mir tatsächlich nicht sicher ob man die braucht aber wenn man jetzt hier diese trolle und sonstigen krams umhaut müsste man theoretisch diese dinger looten können bei den also bei den animalischen mobs nenne ich jetzt mal droppen die meines wissens nach nicht dazu gibt es dann auch noch was besonderes finden sich dazu noch dann vier so ja häufchen nenne ich es mal mit totenschädel und so weiter mit denen könnt ihr dann interagieren wenn ihr genug dieser schmuckstücke habt der eine ist hier hinter venoxys der eine rechts vom spawn von manduk hier dann gibt es einen im raum von wo ist die andere priesterin ah ja genau von kenara und einen gibt es noch in sunseals raum da könnt ihr aber wie gesagt nur mit interagieren wenn ihr genug schmuckstücke habt ihr können auch gleichzeitig noch an einem spot angeln das ist ungefähr hier in dieser position da müssten so ein paar freundliche gurubashi npcs rumstehen genau da unten sind sie die dorfbewohner der gurubashi da könnt ihr auch noch pro tag truhen rausziehen die dann ebenfalls wieder besondere craftings und so weiter und so fort und rezepte und schieß mich tot am start haben also das ist jetzt mal so ein ja grober kleiner durchblick wenn man das so sagen darf es ist wirklich super super komplex aber theoretisch wenn ihr dann einmal hinter dieses system gestiegen seid könnt ihr damit jede menge alte ausrüstung fahren ihr könnt diese schmuckstücke an twinks verschicken um somit ja sicherzustellen dass die npcs oder dass die charts die auch was kraften können den ganzen krams auch dann auf der tasche haben und ja ich würde sagen damit sind wir jetzt erstmal mit der ersten erklärung durch wenn ihr noch irgendwelche ergänzungen habt oder ihr da schon mehr gemacht habt bei diesem ganzen system könnt ihr das natürlich auch sehr sehr gerne in die kommentare schreiben ich denke da werden sich einige drüber freuen eine kleine edition habe ich aber an der stelle noch und zwar wenn ihr diese ganzen steps bis hierhin abgeschlossen habt könnt ihr in diesem gebiet hort des wahnsinns links neben diesen altar gehen und ihr findet hier eine kohlenpfanne des wahnsinns wenn ihr damit interagiert bekommt ihr ein spielzeug kohlenpfanne des wahnsinns dafür müsst ihr nur level 70 sein um das zu looten und wenn ihr das ding beschwört sieht dann so aus und fungiert als kochstelle das fiel mir gerade noch ein damit auf jeden fall danke an euch fürs zusehen ich hoffe ich konnte euch mit diesem video ein bisschen helfen wenn dem so ist lasst gerne ein like und ein abo da und damit bis zum nächsten video habt eine gute zeit reingehauen auf einmal Bis zum nächsten Mal.